Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Aussprache-Ratgeber. Heute geht es mal wieder um Mode, wie so oft. Ja, wie heißt dieses Mode-Label, das sehr bekannt ist in Rap-Songs, hört man es oft. Aber du bist vielleicht trotzdem noch unsicher, wie man es ausspricht. Das ist aber relativ einfach. Einfach Gucci, ja. Da würde man von der Schreibweise her vielleicht nicht unbedingt drauf kommen, aber man spricht dieses Mode-Label, diese Marke einfach Gucci aus, ja. Ich fühle mich wie Gucci Mane. Oder du kennst vielleicht auch Lil' Palms' Hit Gucci Gang. Wenn nicht, dann hör dir den doch gerne nochmal an, denn dort hörst du sehr oft die Aussprache des Wortes Gucci. Ich hoffe sehr, ich konnte dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen. Check doch gerne mal die Videobeschreibung aus, vielleicht ist da ja eine coole Empfehlung für dich dabei. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute, ciao.